Hallo, ich bin Orina und überbringe dir die Nachricht von Erzengel Gabriel. Er sagt, die Wahrheit findet sich in allem. Sie ist Liebe, Vertrauen, Frieden und Weisheit. In der Vielfalt der Natur wirst du die reinste Wahrheit empfangen. Durch uns Engel, du wirst das spüren. Du hast ein Gefühl für die Verbundenheit mit der Quelle, mit der uralten Quelle, der Kraft und der tiefen Weisheit. Du wirst merken, alles wird sich zum Besten wenden. Ja, einen wunderschönen Abend wünsche ich uns nun. Tschüss!